Das ist keiner, mit der Loris Trot macht. Oder die haben das schon alle gemacht hier. Oder die haben ein anderes Ziel für die Blutpunkte. Das kann natürlich sein. Versiegelter Umschlag. 25 Bonus in allen Kategorien. Ja, für mich auch oder nur für den Opfertypen? Den Opfertypen. Wer müsste der Typ für heute opfern? Opfer ihn. Dann wird zurückgeschissen. Geschissen. Bist du jetzt mein Echo, oder was? Ja, das habe ich eingestellt. Das wiederholt ist. Nee, also ich bleibe auf jeden Fall bei dem Gamepad. Eigentlich ist es ja super, mit dem Gamepad zu spielen. Das Einzige, was ich ein bisschen blöd finde, ist die Sache mit der Steuerung. Wenn du einmal aus Versehen auf die Kamera gekommen bist, brauchst du unheimlich lang, um die wieder zu justieren. Weil das voll, ja, extrem annimmt. Ich will eigentlich nur, dass das nur so ein bisschen annimmt. Aber das kannst du irgendwie nicht einstellen hier. Ich habe zumindest keine Möglichkeit gefunden. Ja, voll extrem. So richtig krass nimmt der das an hier. Extreme Kamera. Boah, der lädt ja gar nicht. Was ist das hier? Nee, bei mir lädt er auch nicht. Das ist nur so ein Mini-Balken. Hallo? Jetzt, jetzt haben wir, äh, die Drohung war gut. Jetzt lädt er was. Die Drohung. Jetzt bin ich bei der Hälfte gleich. Eine Drohung wäre jetzt... Ich denke mal, mit unserem dritten Mitspieler wird das heute nichts mehr. Der ist wahrscheinlich noch am Schlafen. Schläft wahrscheinlich den ganzen Sonntag. Ja, müssen wir halt ohne ihn leveln. Können wir auch nichts für. Das Kohlelager. Ach, du bist bei mir, du bist bei mir. Wohin? Ich laufe dir mal hinterher. Wo gehen wir hin? Genau, hier ist ein... Hier ist... Hier ist ein Haken, super. Warte. Ich höre die Musik. Komm, wir probieren mal den. Nein. Da ist es schon. Wusstest du das denn nicht mit mir? Scheiße. Oh, scheiße. Ich bin ja irgendwie verflucht. Ich bin schon so gut wie... Nee, du bist gar nicht bei... Boah, jetzt hat der das aber... Ja, jetzt hat er es... Och Mann, ey. Warte, ich komme gleich zu dir. Wir sind ja gleich fertig mit dem Ersten. Okay. Wir sind mit dem Ersten fertig. Nein, der befreit dich! Scheiße, das muss ich aber machen. Da musst du dich beeilen. Oh oh, wo ist die? Aber der rennt hinter ihr. Ah, da ist die Scheiße. Der wartet da. Warte mal. Der wartet hier auf euch. Oh, der hat mich gesehen. Ah, wie sollt er dich gefehlen? Rette dich. Rett in deinem Leben. Nein, dabei bin ich noch richtig gelaufen. Fuck. Er ist ein bisschen weiter weg. Versuch, dich zu verstecken. Kann ich nicht. Nein, komm nicht zu mir. Ich muss dich aber retten. Scheiße. Nein. Das war aber nichts. Ich dachte, der ist ein bisschen weiter weg. Was erzählt die mir für Quatsch? Nein. Schatz, ich hänge bei dir in der Nähe. Der kommt aber jetzt in deine Richtung. Der eine ist beim Generator, glaube ich. Ja, ja. Und einer fehlt ja schon. Einer ist ja schon raus. Wir sind ja nur zu dritt. Er ist schon raus? Ja, ja. Das wird nichts. Ja, toll. Der Typ will mich befreien, glaube ich. Ah, der ist aber hinter ihm her. Ah. Nicht gut, nicht gut. Der ist zu nah. Also, ich bin schon am Kämpfen. Das war's. Ja, aber mit ihm wird's auch... Ne, er liegt schon. Er liegt schon. Ich hab noch versucht, mich zu befreien, aber das ist nicht. Ja, ich jetzt auch. Aufgrund der Tatsache, dass er jetzt... Oh, aber lange konnte ich jetzt nicht durchhalten, weil ich mich vorher versuchte, zu befreien. Okay. Ja, er wär jetzt nicht gestorben schon. Ja, ich. Ja, ich wusste, er hängt jetzt am Haken. Da kann ich ja nur noch versuchen, mich zu befreien. Ist ja Blödsinn sonst. Aber der eine ist disconnected. Und jetzt bin ich tot. Ich bin aber der letzte Überlebende gewesen. Ja, toll. Heißt mit anderen Wunden, ich hätte jetzt, äh... Die steht da noch vor. Jetzt läuft sie weiter. Warum läuft die weiter? Wir haben uns doch schon... Also, das war jetzt wirklich die massivst, kürzeste Runde, die ich ever gemacht habe. Ehrlich. Ja. Die absolut kürzeste Runde. Die war jetzt völlig für den Eimer. Okay, Blutpunkte gab es jetzt doch einige, aber die Runde an sich war absolut für den Eimer. So was von. Ja, zumindest noch ein bisschen Erfahrungspunkte. Oh, der Killer hatte noch nicht mal einen Perk drin, geil. Und da sind wir wieder zurück mit dem Cubic HD diesmal. Hallo. Jetzt wird alles anders. Ja, für mich wahrscheinlich nicht. Für mich auch nicht. Also, ihr müsst euch jetzt schön aufhängen lassen und ich muss euch runterholen. Ich musste mich drei Überlebende retten wegen den Blutpunkten, ja? Ja, ich hab mich schon zweimal hinhängen lassen, aber du bist ja nicht gekommen. Ja, wie denn? Ich war doch selber am Haken. So, jetzt wird alles anders. Jetzt wird's besser. Jetzt werde ich's schaffen. Aber überleben muss ich mit der Clodette, also... Das ist wiederum doof. Die Grubenschlacht, was ist das? Oh, MacMillion anwesend. Okay. Ich bin direkt neben dem Generator. Ja, ich bin bestimmt wieder neben dem Killer. Oh, da hinten läuft doch einer. Also, kein Killer, zum Glück. Das... Ach, das ist Hasenkiller. Hier kommt gerade eine mit so einem Jeansanzug. Ich lese, oh, oh. Wo bist du denn? Oh, er ist vorbeigelaufen. Fuck! Ach, irgendjemand ist hier... Du warst mit mir hier am Arbeiten, toll. Ja. Irgendjemand ist getroffen. Ja. Ja, dann arbeite ich weiter. Bitte. Ja, ich arbeite hier auch weiter. Ich dachte, du machst weiter. Ja, das reicht bei mir. Scheiße. Ich hör sie. Warte, komm weg hier. Scheiße. Komm hier rüber, wir gehen zum anderen. Ja, von da kam ich, da ist keiner. Was habe ich... Oh, doch, was ist da hinten? Hängt einer abgehauen? Ne, das ist ne... Ne, was, wer hängt? Ne, noch nicht. Der ist abgehauen. Hier ist einer, hier ist einer. Hier ist ein Generator. Da ist auch direkt ein Haken, falls wir erwischt werden, ne? Ja, das passt doch. Also, ich werde zumindest schon mal besser, was die Generatoren betrifft. Ich hoffe, dass das jetzt nicht knallt, nachdem ich das gesagt habe. Aber, äh, ich kann schon mehr reparieren mittlerweile. Ja, das war ich jetzt aber nicht. Die kommt. Oh ja. Scheiße, ich habe Rahmen. Scheiße, das habe ich auch gesehen. Ich länge es ab. Ja, aber ich muss mich doch hinhängen. Du rennst füllen. Ja, nein. Was macht sie denn? Ja, die steht bei mir. Ne, die geht an mir vorbei. Die geht an mir vorbei. Die geht, die geht aber in Schleichtempo hier. Was ist jetzt los? Nein, schon wieder der Host weg. Och, nö, oder? Der Killer ist wieder rausgegangen. Was ist denn das jetzt für ein Mist? Entweder gehen die raus, die Arschlöcher. Aber wir kriegen halt immer Blutpunkte dadurch, ne? Na gut, schnell. Aber nicht viele. Schnell, aber... Ich habe 25 Blutpunkte gekriegt. 25 oder 25.000. 25. Also, wir müssen das einfach... Ich muss das so zusammenschneiden. Die, die, ähm, WLAN-losen Killer oder sowas. Dann so zehn Episoden hintereinander mit jeweils zwei Minuten. Ja, das ist doch nicht normal. Ja, steht hier aber auch. Mit dem Disconnect. Ja, das ist doch scheiße, ey. Gleich spiele ich den Killer. Ich mache Schleichwerbung für Homepages. Nein! Ein Nelkenduftkissen habe ich. Ein Nelkenduftkissen. Ne, du hast es nicht. Wir haben die geopfert. Ja, die Opfer haben wir. Wir machen irgendwie immer nur die Blutpunkte, glaube ich. Weil die anderen bringen halt... Ja, doch eins, aber das will ich mir aufsparen. Ich weiß gerade nicht mehr, was das war. Ich meine, ich könnte natürlich auch ein paar gute Ereignisse mitnehmen, aber die will ich nicht verbränden. Macmillan. Schutzwald. Was ist das denn? Ist das Halloween? Oh, wir sind alle zusammen wieder. Ja, aber drei stehen hier. Ich gehe mal woanders hin. Ich bin als erstes dran. Warte, drück mal Erdkopf. Oh, oh, oh. Oh, das ist der mit den Bären fallen. Und er hat mich... Ah, ja, läuft jetzt genau dagegen. Ich lenke ihn von euch ab. Nein! Ey, was war denn das jetzt für ein Scheiß-Bug? Ich bin in der Wand auf einmal ausgekommen. Er, ja. Hallo? Ich hätte unten sein müssen. Schrei doch nicht so. Ja, das Mikrofon hängt jetzt näher. Der kämpft bei mir. Der steht direkt neben mir. Wo bist du denn? Mach die Generatoren. Ich opfer mich. Äh, hier liegt... Ach so, die andere Blonde liegt auch hier. Die nimmt er jetzt mit zu euch in die Richtung. Pass auf. Ja, doch ein bisschen weiter weg. Richtung Außenbereich läuft er gerade. Ja, da sind wir ja wahrscheinlich. Nee, ihr wart mehr in der Mitte. Guck mal, was ich habe. Er hat es jetzt aufgehangen. Er kommt wieder zu mir jetzt. Ja, aber wir müssen die jetzt holen. Er kommt zu mir. Lass mich hängen. Der kommt zu mir. Der bleibt hier. Ja, jetzt geht er um den Stein, aber der ist immer noch hier. Nee, der kämmt hier. Mach die Generatoren. Ja, er kommt zu euch. Er kommt zu euch. Nee, zum anderen Haken. Der läuft zwischen den beiden Haken hin und her. Wo bist du? Ich bin der Linke von uns aus gesehen. Äh, ja. Ich glaube, ja. Er kommt zu mir jetzt. Oh, ich muss kämpfen. Scheiße, jetzt sehe ich gar nichts mehr. Er ist im Moment noch bei mir. Ich versuche einen Generatoren. Ja, ich glaube, er ist noch hier. Ja, er kommt rüber. Pass auf, er läuft, er läuft. Haut er ab. Die liegt schon wieder, die, die liegt schon wieder down. Er ist zu dir, er ist zu dir. Fuck. Am Ende, ey, Mann. Ja, du hättest in der Zeit, wo er sie gepackt hat, hättest du mich befreien müssen. Ist direkt hinter dir. Ah. Ach so, das Nils, das bist du gar nicht. Wo bist du denn? Oh, er ist neben dir, pass auf. Renn, renn. Ja, wer ist denn? Ich sehe den Haken. Ah, mich hat der auch wieder, war klar. Ach so, du warst runter. Aber ich komme zu dir, die Krüche. Nein, er holt nicht. Ah. Oh, doch nicht. Oh, stopp, stopp. Nein, ah. Nein, ah. Oh, das war so fuck. Er sucht mich. Das ist super. Und jetzt geht er zu der anderen. Der hängt die andere gerade auf. Pass auf, der kommt zurück, der kommt zurück. Wer, warum er mich gerade heilt, sollte lieber abhauen. Ja, ich. Sie ist, sie ist tot, glaube ich, oder? Ja. Geh doch mal. Und dass ihr immer hier warten müsst, ey. Boah, das ist... Irgendwann haben wir auch den Boden hier. Der kommt zu Ihnen. Er hat nicht geblutet. Er hat nicht geblutet. Hat dich geblutet? Ja. Ich blute. Nein. Ich lenke ihn ab, wollte ich gerade sagen. Aber nee. Jetzt lässt er mich gar nicht mehr... Toll. Jetzt hängt er mich eh hier vorne auf. Ja. Ja, ich bin schon. Aber wo bist du? Ich heil mich gerade. Ich bin hinter so einem Stein in der Mitte von der Map. Also er war gerade noch bei mir, aber ich sehe nichts mehr jetzt. Weiß ich auch. Wir müssen einen Generator machen, dann kann einer kommen von uns. Komm, mach hin. Ich will zugucken. Oh, er wird verfolgt. Glas wird verfolgt und ist weg. Wie hat er mich denn gesehen, ey, der Arsch? Deine Blutspur. Nein, hat er dich gesehen. Jeder sieht die Blutspur. Nein, meine nicht. Ja, natürlich. Aber die Blutspur sind echt krass. Wieso wird der bei dir so abgehalten und du zappelst so? Ja, weil ich die Taste mache wie bekloppt. Ja, ich nicht, oder was, wenn ich hier die ganze Zeit abböllern bin? Ist klar. Du musst ja rechts-links machen. Nee. Ja, ja, rechts-links muss ich machen, klar. Hat der auch, ne? Ist das Calling? Er sieht, oder was? Ja, er sieht dich. Scheiße. Also ich hänge, ne? Aber du bist auch im Fokus, ne? Ja, ja, er wird verfolgt gerade. Wenn ich verfolgt werde, äh... Ah, ist was weiter weg noch? Ich glaube, der hat dich nicht. Doch, er hat dich noch im Visier. Doch, doch. Renn weiter, renn weiter. Geh woanders hin. Ah, jetzt hat er dich. Jetzt sieht nix mehr. Er sieht nix mehr. Mann, was war das? Das hat wohl geleckt. Ja. Aua. Das hat, das war komisch. Das hat voller keine geleckt. Ja, mir glaubt ja keiner, wenn ich sage, ich hing plötzlich in der Wand drin. Und ich war eben noch frei am Laufen. Ja, scheiße. Aber immer die Scheiß-Killer, die müssen dann diese, äh, Blacks drin haben, ne? Gut, das heißt, Killer haben wir manchmal lieber leben, ne? Aber wenn wir alles haben, dann ist das der Killer auf jeden Fall. Ja gut, ich mein, wir sind eh beide tot, ne? Ich komme nicht, was mich nicht. Ja, jetzt könnte noch versuchen zu entkommen. Ne, ist auch schon tot. Ja, ich hab's probiert, aber es gibt nicht, weil wir nicht. Und der steht da seelenruhig und schaut aber zu. Hey, 8000 Boote, ist doch nicht wahr. Ja, ich hab jetzt auch nicht wirklich viel. Ich hab jetzt 2.000, 2.200, aber ich hab jetzt. Ja, einer hat 700, also das kann doch nicht sein, ne? Ja, ich hab jetzt auch nicht mehr.